Annemarie Wildeisenskochen, die grösste unabhängige Kochzeitschrift der Schweiz, präsentiert Kochen. Willkommen bei Kochen zu einer weiteren Ausgabe von 1 Corp 2 Generationen. Mutter und Tochter, Autodidakt und Profi stellen euch heute ihre neuesten Rezepte zum Thema Oliven vor. Bei mir gibt es heute Boulébrüstchen einer Olivenmarinade aus dem Ofen. Und das sind die wichtigsten Zutaten. Rote Zippel, Orangen, Boulébrüstchen, Chiliflocken, Thymian und Oliven. Alle weiteren Zutaten findet ihr in jedem Haushalt. Annemarie kann mir als erstes wieder ihr geliebtes Thymian abzupfen, danach die Orangen, die Schala fein abreiben, aber nur von Eieren und den Saft auspressen. Genau, und ich werde den Knoblauch und die Zippel schälen und danach fein hacken. Warum rote Zippel? Also wir können auch weisse nehmen, sie sind einfach milder als die normalen Gemüsezippel, aber selbstverständlich kann man es auch mit denen machen. Die rote Zippel werden jetzt mit dem Knoblauch und Thymian in Olivenöl glasig angetünchtet. Wenn die Zippel schön glasig angetünchtet sind, ablöschen wir mit Orangensaft und Schala, Weisswein und Bouillon und lasse alles zur Hälfte einkochen lassen. Als nächstes kommen jetzt die Oliven dazu. Da habe ich kleine Viehgolette und grüne gebault. Ähm, ich liebe diese am meisten, die Violi. Ja, die sind ja super vom Geschmack her, das muss man wirklich sagen. Und dann kommt noch ein bisschen Chili dazu, Fels und Pfeffer zum Würzen. Ich sehe, du hast sie schon entsteint. Mich also mit und ohne Stein ist ein bisschen Geschmacksfrage. Ähm, ich sehe es hier, dass ich vielleicht keine schwarze habe, denn schwarze Oliven ohne Stein, da bekommt man wirklich wirklich keine gute Qualität. Meine Zippel Olivenmarinade muss jetzt zuerst auskühlen, bevor wir sie über Bullenbröschchen geben können. Und darum ist sie jetzt an der andere mit ihrem Rezept. Ich habe mich heute für Ricotta Olivenflam entschieden. Und das sind die wichtigsten Zutaten, die ich brauche. Oliven, auch ich wähle Tachaska Oliven, es könnten aber auch schwarze oder grüne sein oder eine Mischung. Geriebnigen Parmesan, Bratspeck, Crème fraîche, Eier, Ricotta und Oregano. Alle weiteren Zutaten findet man in jedem Haushalt. Als erstes nehme ich meine Förmchen. Ich habe eine kleine Küchenförmchen gewählt. Man könnte aber auch eine Soufflé-Förmchen oder etwas Ähnliches nehmen. Dann gut ausfuttern und dann im Kühlschrank kalt stellen. Und anschliessend schneide ich den Speck in feine Streifen. Als erstes schneide ich den Speck in einer beschichteten Bratpfanne im eigenen Fett langsam knusprig. Und das Wort langsam ist sehr wichtig, weil sonst würde man gerne den Speck verbrennen. Und das wollen wir ja nicht. Der soll einfach knusprig sein. Anschliessend lassen wir den Speck auf Haushaltpapier gut abtropfen. Sie sehen, sie sind leicht angebraten, nicht durchgebraten. Die Oliven, wenn nötig, entsteinen. Und vom Oregano Blätter abzupfen, wobei, wenn er relativ frisch ist in der Qualität, noch nicht verholzte Steile hat, dann kann man sehr gut nur die unteren, groben Steile weg tun. Und dann das Ganze fein hacken. Zuerst tun wir in einer Schüssel den Ricotta und Crème fraîche gut glatt rühren. Anschliessend tun wir die Eier, die ich in eine Schüssel aufgeschlagen habe, verquirlen und schon mal mit ein wenig Salz und Pfeffer gut verrühren. Dann kommen die Eier zur Ricotta-Masse, ebenso Oregano und Oliven und zuletzt noch den Speck. Und dann verrühren wir wieder alles sehr gut zusammen. Und bevor wir die Masse mit Salz und Pfeffer nachwürzen, wenn es nötig ist, kommt noch der Parmesan darunter. Und jetzt muss ich meine Masse nur noch in die vorbereiteten Förmchen füllen. Und anklössend im 200 Grad heissen Ofen wird man 35 Minuten packen. Die Boulenbröste habe ich in eine Grattnäschale gelegt und die werden jetzt mit dieser Olivenmarinade bedeckt. Und wer Lust hat, kann es auch nochmal mit ein bisschen Olivenöl beträufeln. Anschliessend kommt es bei 200 Grad für rund eine Viertelstunde bis maximal 20 Minuten in Ofen. Ich stürze meine Flamme. Am besten, wenn sie warm sind, auf ein Tuch, das man in der Hand hat, dass man sich die Hände nicht verbärmt. Und anschliessend skarniere ich mit einem Oregano-Blättchen und serviere zum Beispiel ein wenig Salat dazu. Bei mir kann man es einfach so in der Grattnäschale auf den Tisch stellen oder natürlich auch auf einen Teller anrichten. Was zum Trinken zu unseren zwei schönen Gerichten passt, das verratet euch jetzt gleich der Reto Puma. Und ich kann nur sagen, wäre schön, wenn sie das nächste Mal wieder dabei sind, dann stellen wir nämlich unsere neuesten Lieblingsgerichte vor. Einen guten miteinander. Feine Oliven und spanischer Wein, was könnte da noch besser sein? Und genau aus diesem Grund präsentieren wir heute die Ribeira del Duero vom Mayor de Castilla. Trinkt einen sehr schönen Geschmack mit, und zwar nach reifen dunklen Früchten und passt somit ausgezeichnet zu einer werschaften Küche. Servieren würde ihn so zwischen 16 bis 18 Grad und lagerfähig ist er bis zu 9 Jahre. Das, weil er im Eichenfass, respektive im Barrick ausgebaut wird. Ich wünsche einen ganz guten Appetit und Salut! Sämtliche TV-Rezepte und vieles mehr finden Sie in der neuen Ausgabe von Annemarie Wildeisens Kochen und im Internet unter www.wildeisen.ch